Das EHG Eine Schule, in der jeder willkommen ist Eine Schule mit zahlreichen Bildungsangeboten Hier ist für jeden was dabei, garantiert Wir sind eine Schule ohne Rassismus Und mit freundlichem Kollegium Am EHG kannst du von der 7. Klasse Aber auch bereits schon ab der 5. bis zur 12. Klasse Mit Spaß und Freude neue Dinge lernen Wir bereiten dich so auf das Abitur vor, dass du es mit Erfolg bestehst Schon seit 1991 lernen Schülerinnen und Schüler am EHG Und nun werden wir durch unseren Erweiterungsbau sogar ein Stückchen größer Am Heckel-Gymnasium lernst du vielfältig und digitalisiert Wir arbeiten als Team und erreichen so Erfolge Unsere Schule nimmt jedes Jahr an vielwertige Werten in unterschiedlichen Bereichen teil Die perfekte Möglichkeit, um deine Stärken zu zeigen Wenn du einen Kampfgeist hast, bist du hier genau richtig Lernen am Ernst-Heckel-Gymnasium besteht nicht nur aus leerem Gedächtniskram sondern aus experimentieren Ausprobieren Oder auch mal mikroskopieren Bei uns kannst du deine Leidenschaft ausüben Sei es Kunst oder auch Theater Hier kannst du verschiedene Rollen einnehmen Bei uns kannst du lernen, was dich interessiert Auf Musik Vielleicht ist das ja der Beginn von etwas Großem Natürlich kannst du am EHG auch sportlich aktiv sein Denn für genügend Konzentration im Unterricht ist auch genügend Bewegung notwendig Wir bieten dir ein vielfältiges Sprachangebot an Schon durch unsere Partnerschuhe sind unvergessliche Reisen und neue Freundschaften entstanden Wenn dir das noch nicht genug ist, kannst du auch einer bilingualen Klasse beitreten Hier lernen wir naturwissenschaftliche und gesellschaftswissenschaftliche Fächer auf Englisch Cool, oder? Fun Fact Weißt du, welcher Film in diesem Flur gedreht wurde? Okay, jetzt hast du schon mal einen breiten Einblick in unser Schulleben bekommen Doch was macht unsere Schule eigentlich wirklich aus? Egal ob politisch, sportlich oder kreativ Bei uns ist für alle etwas da Hier wird das Miteinander groß geschrieben Du hast immer noch nicht genug? Dann höre unseren Podcast Oder komm am Tag der offenen Tür vorbei Bestreite deine Zukunft am Ernsthecker Gymnasium in Werder Und da aus расскydd ein paar Minuten Meeting bisschen Giga Git Vielen Dank.